so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings guten vormittag wünsche ich euch heute an dem schönen samstag es geht dir gut ich hoffe du hast etwas besseres wetter als ich hier ist alles grau und grau und trüb und blass und nass naja was will man denn anders erwarten vom herbst aber wir wollen natürlich auch mal in ein reading reinschauen eine interessante frage die man sich immer und immer und immer wieder stellt wenn es denn dann ja so ist dass man gerade keinen kontakt hat dass es auseinander gegangen ist man hat sich gestritten gab ein missverständnis der wunschpartner partner hat sie einfach so zurückgezogen man weiß es nicht was los ist und dann stellt man sich irgendwie auch mal die frage wie geht es ihnen denn gerade so im rückzug und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an so meine lieben wir haben heute kein neues kanal mitglied zu begrüßen darf er bei euch auch mal sein nochmal mein dank an dich also wir nähern uns tatsächlich und meinem geburtstag ziel wir haben jetzt erst dann die 11.000 abonnenten grenze gesprengt nach mein geburtstag ziel zum sonntag ist hier 11.500 abonnenten vielleicht schaffen wir es gemeinsam da würde ich mich freuen und wenn du abonnierst machst du ja nichts falsch na weil am im dezember geht es ja dann wunderlos mit dem großen angel readings weihnachtswichteln da bin ich mal gespannt was ihr dazu sagt da gibt es jeden tag preise bis weihnachten quasi patricks adventskalender wenn man so möchte na aber wir schauen uns mal rein ins deck wir wollen mal die energien sehen was ist da los na was wird hier gespielt wie geht es ihm denn im rückzug in der trennung ohne dich das wollen wir jetzt mal schauen wie denn da so die energien sind und dafür muss man mich jetzt nicht unbedingt sehen ich mache mich deswegen in die ecke rein und wir brauchen auch noch ein bild so wollen wir schauen wie oft heute wieder die lilien fallen ja momentan ein bisschen ja da knistert es ja fast schon in der luft wenn man so möchte aber wir gucken heute mal rein was man da so sieht ich habe ihn schon rausgelegt es geht um ihn wenn du als mann so siehst sie dich bitte als frau wenn es dir sehr schlecht geht oder du verzweifelt bist nicht weiter weißt wenn dir bitte ein persönliches reading ja meine nummer ist in der infobox damit ich dir ganz persönlich helfen kann na also wenn du sagst ich heiz jetzt nicht mehr aus ich brauche jetzt mal für mich ganz persönlich klarheit weil ich bin hier mein kopfkirmes hat hier happy hour ich mag nicht mehr rumgrübeln dann bitte melde dich möchte ja dass es dir gut geht aber wir wollen jetzt nicht erst mal schauen was man dafür energien hat wie geht es ihnen denn so ohne dich was gut ja vielleicht ist ja nur im wirtshaus unterwegs na vielleicht ist er party machen aber vielleicht denkt er auch an dich und kann vielleicht auch nicht über seinen schatten springen ist ja ganz oft der fall dass man ja da sagt naja wenn ich jetzt wieder ankommen dann bin ich vielleicht der der angekrochen kommt oder ich muss mich vielleicht am ende noch entschuldigen um gottes willen aber naja so ist das eben manchmal aber wir haben hier als erste karte tatsächlich jetzt schon mal den mond bekommen in dem orakel ja geht es jetzt erstmal hauptsächlich um seine gedanken also irgendwas tut sich da oben schon irgendwas rattert und knattert da in seinem kopf ich habe übrigens mein ja meine party pfeife die hört man gar nicht richtig jetzt habe ich wochenlang danach gesucht naja aber zumindest wissen wir jetzt mal dass die dinger party pfeife heißen also auch party pfeife bei ihm im kopf aktuell wenn ich mir das so anschaue wie viel da denken wie viel grübeln wie viel ja intuition emotionen ängste wünsche an der stelle aber wir schauen was man da noch für karten dazu haben wenn wir mal fragen wie geht es ihm denn so ohne sich aktuell so aha da hofft also einer auf bessere zeiten der reiter da geht es ja um ja eine gute nachricht in bezug auf seine gedanken ja wollen weiter schauen ob das vielleicht auch mit dir zu tun hat er diese guten nachrichten in bezug aufs denken man kann ja natürlich auch nicht in der trennung oder wenn hier rückzug und stillstand herrscht die ganze zeit grübeln grübeln mache ich am montag ein video auf meinem kanal start child was das ist überhaupt worum es denn da so geht wie man das abstellen kann was für werkzeuge gibt dazu weil wenn du nur im grübeln unterwegs bist dann kommst du keinen schritt weiter grübeln ist einfach wenn die gedanken ständig um dinge kreiseln die sich nicht lösen lassen also ganz ganz schlecht aber ja da schaut es zumindest bei ihnen ja schon mal aus dass da irgendwas passiert dass ich da irgendwas tut moment in bezug auf seinen denkprozess wenn wir mal schauen was wir da so sehen die schnecke okay also scheint als käme er aktuell nicht so wirklich voran mit seinem denkprozess na also ich sag mal so haben wenn ich frage wie geht es ihm ohne dich und da kommen schon die gedanken das heißt also dass er schon mal nicht komplett von dir weg ist dass er eben in der disco ist dass er in der bar ist dass er mit anderen viel unternimmt und hat dich komplett vergessen nein da sind die gedanken da schleppen der gedanken aber auch so ein bisschen der hinweis dass ich da etwas tut vielleicht eine art von erkenntnis die sich hier abzeichnet na wäre ja auch mal ganz schön also die erste energie die wir da haben ist schon mal ganz gut wir schauen mal weiter meine stimme ist halt so ein bisschen belegt merke ich gerade aber ihr versteht mich ja so wir schauen mal was da noch kommt wir gucken ja ja da kratzt sich doch einer am hinterkopf und denkt sich ja welchen weg nehme ich denn jetzt das habe ich mir vielleicht alles anders vorgestellt na ich habe mir vorgestellt es ist schluss frauen gibt es genug ich mache jetzt wieder mein ding aber irgendwie ist da so ein bisschen der denkprozess angesprungen ja egon tut was er gerne tut er rotiert na es geht nicht wirklich vorwärts aber ja er ist ein bisschen an der lösung interessiert was man da jetzt machen kann und hier geht es auch um entscheidungen hat die wege sind da gefallen ein weg den man einschlägt den man geht eine entscheidung die man trifft also so wie mir das jetzt hier aussieht ist er eigentlich auch schon kurz davor einen weg einzuschlagen also eine entscheidung zu treffen vielleicht sich ganz und gar zu verabschieden oder in deine richtung zu gehen denn ja so kann es ja auch nicht weitergehen dass man ständig im grübeln ist aber gut der berg noch zum weg dazu eine sehr sehr schwere entscheidung also der berg schwierigkeiten hürden blockaden also wenn man nicht so wirklich in seiner leichtigkeit ist wenn man seine entscheidungen aus dem herzen trifft und sagt ja das ist jetzt mein weg also ist er hier auf jeden fall ganz ganz schön belastet da ist er so ja zwischen zwei stühlen dem orakel und man sagt da zieht sich schon was hin also das haben wir ja hier schon gesehen hier in bezug auf eine entscheidung da steht so ein bisschen eine schwere entscheidung an die sich nicht so wirklich lösen lässt für ihn weil ich hier auch noch das labyrinth bekommen also ganz ganz schwere kost gerade wenn ich frage wie geht es ihnen denn ohne dich als wohl hier der reiter er der wunsch der der vater des gedanken im gegenteil viel viel denken ja schleppende gedanken blockaden ziellosigkeit in bezug auf die entscheidung die er da gefällt hat in bezug auf euch oder in bezug auf seinen rückzug also besonders blicken gibt ihn jetzt bis jetzt zumindest schon mal nicht wenn wir mal was wir dann noch dazu kriegen eine route die route auch ihr habt diskussion streit vielleicht hatten wir ja themen na vielleicht ist da irgendwas wo du sagst da haben wir immer wieder drüber gestritten oder das war immer wieder thema in der beziehung wenn man immer wieder um das gleiche streiten muss wenn man immer wieder die gleiche diskussion in einer beziehung hat und es nimmt kein ende und man hat schon 25 mal darüber diskutiert dann steht ein halt auch irgendwann da und dann triffst du deine entscheidung und ich sage immer trifft deine entscheidungen im leben und blicke nicht zurück und dafür um dass du nicht zurückblicken musst sei dir sicher dass diese entscheidung korrekt ist für dich und für dein sein ganz ganz einfach ja und hier mit den routen können natürlich auch die zweifel sein dass er sagen habe ich das jetzt alles richtig entschieden oder nicht ja mit schauen wir mal die nächsten karten an man da noch sind also wie gesagt kann auch das thema sein was ihr vielleicht miteinander hatte irgendwas nerviges oder irgendwas was immer wieder aufgepoppt ist vielleicht immer jetzt der aufschluss aha okay da ist auch schon das kreuz gefallen also scheinbar ja ist das eine belastung für ihn dass er hier nicht so ganz klar ist mittlerweile in seiner entscheidung ohne dich zu sein na guten zweifel schwere entscheidungen ziellosigkeit schleppen das denken das kreuzbelastung also hier gibt es aber mal jemanden bis jetzt überhaupt nicht besonders gut also da gibt es schon schönere tage an tagen wie diesen möchte man dann an seiner stelle vielleicht lieber mal dass den kopf ausschalten und im bett bleiben aber wir schauen mal weiter da ist auch noch ja der spiegel also er hat auch schon selbst etwas anzuschauen bei sich na es ist ja in der psychologie schon so wenn dich irgendwas nervt wenn ich was belastet wenn ich was beschäftigt dann hast du ein thema dann ist was bei dir da musst du mal gucken was hat in mir jetzt etwas ausgelöst ja was darf ich bei mir anschauen warum stört mich etwas und mit dem spiegel ist schon mal ganz gut dass der da liegt denn er schaut jetzt nicht nur auf dich vielleicht ist schluss wegen dir vielleicht hast du ihn genervt mit einem thema vielleicht warst du zu anstrengend zu anhänglich zu keine ahnung was sondern es schaut mir so aus als ob seine aufgabe schon wäre auch mal auf sich selber zu schauen weil wir sehen ja er hat da absolut definitiv ein thema also hier ist alles voller schleppender gedanken und ziellosigkeiten das höchste zeit mal in sich rein zu schauen und zu sagen hey was ist denn mit mir was fühle ich was spüre ich was möchte ich machen wo möchte ich hin warum bin ich da wo ich bin was hat dazu geführt was kann ich ändern also selbstreflexion bei ihm schon das thema na weil aus dem loch in dem der steckt ich meine ich jetzt nicht von sechs möchte ich auch nicht stecken von daher schauen wir mal weiter ein klee ein klee so und da kann es natürlich schon auch um eine chance gehen nur der klee die chance auf glück sagt der klee aber auch das kleine glück wo man sagt naja passt schon irgendwie könnte aber auch besser sein irgendwie bin ich da nicht so ganz auf der höhe vielleicht gibt es ihm ja sogar ähnlich wie dir aber er ist hier auf dem weg gewisse entscheidungen zu treffen wer sich vielleicht auch selbst im weg steht man vielleicht hat er dich ja ja mit posaunen und trompeten verlassen ja ich gehe jetzt und dann ist es natürlich für jemanden sehr sehr schwer wieder zurückzukommen das genauso wie wenn du deinen job kündigst und sagst chef du bist der letzte heuler ich bin so froh dass ich hier raus bin das ist ja alles grauenhaft hier dann fällt dir ja auch schwer dich dort wieder zu bewerben wenn du woanders keinen job findest also immer sich aus dingen verabschieden mit anstand und respekt dann ist es auch nicht schwer nochmal auf jemanden zuzukommen wenn man überheblich ist wenn man frech ist wenn man im streit wegrennt ist das alles schon immer eine nummer schwerer aber das resultat das liegt ja hier falsche entscheidung getroffen viel viel grübeln viel viel denken viel viel belastung zweifel selbstreflexion ist angesagt und da unten das kleine glück schauen wir mal ob das eine chance ist oder ob das einfach nur das kleine glück ist in dem er gerade unterwegs ist ja und da haben wir jetzt auch noch mal die wolken also da haben also wenn jetzt die linien kommen würden müsste ich jetzt auch gar nicht so genau wie ich aber die unklarheit gerade schon so dass man sagt okay ich bin total unklar denke viel zu viel ich bin irgendwie in meinem kleinen glück unterwegs wo und wie ich es auch dreh und wende ich habe hier blockaden ich komme nicht weiter mir geht es nicht gut ja ich bin hier in der belastung drin das kleine glück an der stelle ja mit den wolken sehr sehr unklar sehr sehr unklar und da liegt auch schon das telefon als letzte karte ja das ist dann die kommunikation also es geht vielleicht schon auch darum dass er jetzt mal über seinen schatten springt es bringt nichts wenn du ihn abholst weil dann nimmst du ihm ja auch schon ein bisschen die aufgabe ab die er hat auf dich zuzugehen ja und diesen schritt auf dich zuzugehen das hat auch so ein bisschen was mit demütig reumütig zu sein aufmerksam sein ja das ist ein ganz ganz wichtiger schritt wenn du jetzt sagst ich habe schon das gefühl du willst noch wieder noch mal anfangen noch mal reden noch mal was tun dann bringt das nicht so viel wie wenn er diesen schritt macht es auch so ein psychologisches ding dass er diesen schritt gehen muss aber wie wir jetzt sehen oder auch in den letzten readings gesehen haben ist er gerade der wunschpartner so ein bisschen missgestimmt ja und auch in diesem orakel sieht man es mal wieder es geht ihm überhaupt nicht gut manchmal ist macht er ja schluss geht party machen feiert sein leben aber hier an der stelle sieht man mal wieder ganz deutlich dass da ganz viel denken ist ganz viel blockaden ist die blockaden kommen natürlich durchs denken hier sehr sehr viel belastung und zweifel da ist ja und dass die chance hier vielleicht etwas zu verbessern dieses telefon ist das hier gefallen ist er dir ja mental immer noch irgendwo loyal ist ja also man kann ihn ja mal einen knochen hinschmeißen dass er denkt okay jetzt habe ich so eine kleine chance dass man da mal ins gespräch kommt aber ihn nicht überfahren ihm nicht die aufgabe abnehmen dass er sich meldet die so viel respekt hast du verdient und von daher bleibt es sehr sehr spannend weil es geht ihm überhaupt gar nicht gut ja also das sind wirklich schleppende gedanken und blockaden zu sehen vielleicht spielt ja da auch der herbst blues mit man weiß es nicht aber wir wollen mal weitermachen in dieser lege reihe die nächsten tage auch immer mal wieder reinschauen morgen ist ja die botschaft vom wunschpartner das wird auf jeden fall auch mal spannend und da würde ich sagen meine lieben schick euch ganz viel licht und liebe bleibt gesund sei lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten video servus